Musik Meine Damen, meine Herren, leihen Sie mir Ihr Ohr, ich stelle Ihnen unser Orchester vor. Zuerst die Posaunen, die gehen am schärfsten ran. Vor allem Günter Fulich zeigt Ihnen, was er kann. Musik Was blasen die Trompeten? Sie werden es gleich hören. Mäcki Kasper wird uns was Zünftiges bescheren. Musik Und auf der Klarinette und auf dem Saxophon Rolf Kühn mit seinem schrägen Ton. Musik An der Hemmendorgel, die unser Prunkstück ist, gut gelaunt Heinz Neubrand als Boogie-Organist. Musik Die Trommel und das Becken, die klingen froh und laut, Kurt Widmann, der auf die Pauke haut. Musik Das Lied vom Seemann Mäcki, der oft sein Herz verlor, singt Evelyn mit Laune und Humor. Und der Mann, der taktvoll über allen steht, ist der Kapellmeister Fried. Musik Mäcki war ein Seemann und kein Hafen war ihm fremd. Und ein Herz von Liebe klopfte unter seinem Hemd. Musik Und in jedem Städtchen Schrien alle Mädchen Mäcki, 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 oh. Mäcki tanzte Boogie und da wackelte die Wand. Mäcki tanzte Boogie, bis kein Fuß mehr stilles stand. Und in jedem Städtchen Schrien alle Mädchen Mäcki, 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 oh. Selbst der Kapitän hat es gern gesehen, doch zu Mäckis großem Schreck. Sprach der Kapitän, bei Windstärke 10, tanzt du auf dem Oberdeck. Mäcki war ein Seemann und kein Hafen war ihm fremd. Und ein Herz von Liebe klopfte unter seinem Hemd. Auf dem Meereskunde schrien alle Nixen Mäcki, 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 oh. Musik 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 Ich glaube, wir sind ausverkauft. So? Das ist ja großartig. Na, dann wollen wir unser Glück versuchen. Ja, bitte. Wir sind ausverkauft, meine Herren. Sämtliche Tische sind doppelt gesetzt. Das ist erfreulich. Da haben Sie sicher viel Geld in der Kasse. Was interessiert Sie denn das? Alfa! Hilfe! Was denn? Was ist los? Warum haben Sie geschrien? Ich habe gedacht, die Herren sind gängster und wollen die Kasse ausrauben. Aber, aber ausrauben. Wir sind vom Finanzamt. Wir wollen die Kasse nur beschlagnahmen. Na, das ist kein großer Unterschied. Mackie war ein Wehmann und Kanaden war ihm fremd. Und ein Herz voll Liebe klopft unter seinem Hemd. Und in jedem Städtchen Finale-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Oh! Die Kasse-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mäcki-Mä Vielen Dank.